Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es um eine bakterielle Infektion, eine Geschlechtskrankheit, die mitunter auch weitreichende Folgen haben kann. Ja, Geschlechtskrankheiten bzw. überhaupt sexuell übertragbare Krankheiten ist nicht das Thema für den Abendestisch. Ganz klar, da sprechen wenige Frauen und Männer drüber. Nichtsdestotrotz ist es ein Thema, über das geredet werden muss und da hole ich dann wieder alle Gynäkologinnen und Gynäkologen ins Boot, dass Aufklärung geschieht. Denn eine Chlamydieninfektion, über die wir heute sprechen, kann mitunter zur Sterilität, also zur Unfruchtbarkeit bei der Frau führen. Und das Gemeine daran ist, man muss noch nicht mal gemerkt haben, dass man überhaupt eine Chlamydieninfektion hatte. Über sexuell übertragbare Krankheiten müsste ich eigentlich noch 20 Videos mindestens drehen. Allein es fehlt die Zeit. Und der Input, wenn ihr mehr über sexuell übertragbare Krankheiten wissen wollt, auch unabhängig jetzt von den Chlamydien, über die ihr gleich perfekt aufgeklärt werdet, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ich habe es eben schon erwähnt, das Gemeine an der ganzen Geschichte, zum Beispiel bei der Chlamydieninfektion ist, man muss es noch nicht mal gemerkt haben. Wie bei allen sexuell übertragbaren Krankheiten ist es natürlich so, dass sie sexuell übertragen werden. Heißt, je mehr wechselnde Geschlechtspartner du hast, je weniger du mit Kondom verhütest, desto wahrscheinlicher ist, dass du im Laufe deines sexuellen Lebens auch mal eine Infektion abbekommst. Die Frage ist jetzt, wird die symptomatisch, macht die Beschwerden oder eben nicht. Und das Gemeine ist eigentlich, also es ist schon gemein, wenn man Symptome hat, dann weiß man bei wenigsten, dass man was hat, geht im besten Fall zu der Frauenarzt oder zum Frauenarzt und lässt diese Infektion behandeln, weil sie ihm aufgefallen ist. Blöd wird es, wenn sie gar nicht erst auffällt. Das heißt, man hat eine Chlamydieninfektion sich irgendwo zugezogen, bemerkt das Ganze nicht. Diese Infektion kann aufsteigen und mitunter so weit führen, dass die Eileiter betroffen sind. Die Eileiter können vernarben, verkleben und dann unterm Strich indirekt zu einer Sterilität, also zu einer Unfruchtbarkeit bei der Frau führen. Außerdem ist auch noch das Gemeine, unabhängig davon, dass das schon ziemlich heftig ist, dass es zu einem sogenannten Ping-Pong-Effekt kommen kann. Das ist übrigens bei allen sexuell übertragbaren Krankheiten so, dass man sich das immer wieder hin und her geben kann. Selbst die banale Pilzinfektion kann vom Partner uns zurückgegeben werden, ohne dass unbedingt der Partner. Und vor allem die Männer haben oft fast gar nie Symptome. Aber trotzdem ist es wichtig, auch die Männer mittesten zu lassen bei den sexuell übertragbaren Krankheiten. Denn sonst fängt das Spielchen immer wieder von vorne an. Und, was auch noch dazu kommt, einige sexuell übertragbare Krankheiten, Schlagwort HPV, verlinke euch das Video unten, wenn ich dran denke, birgt ja auch potenziell ein erhöhtes Krebsrisiko. Also nicht nur, dass man eventuell steril werden könnte, sowieso eine Genitalinfektion hat, sondern man kann mitunter sogar ein erhöhtes Krebsrisiko haben, nur weil man eine Geschlechtskrankheit sich zugezogen hat. Also summa summarum, das Thema gehört aufgeklärt. Und da sprechen wir heute über die Chlamydien als erstes. Was sind Chlamydien? Ich habe es schon erwähnt. Chlamydien sind erstmal Bakterien. Bakterien, die vor allen Dingen gerne in der Zelle des Menschen leben und deswegen auch schwierig zu erwischen sind mit so 0815-Antibiotika. Man braucht also spezielle Antibiotika-Therapie, damit diese Chlamydien überhaupt erwischt werden. Bei den Chlamydien gibt es, wie bei vielen anderen Bakterienarten, auch viele Unterarten. Es gibt zum Beispiel Chlamydien, die betreffen eher so das Auge oder das zentrale Nervensystem. Es gibt aber auch eine Chlamydien-Untergruppe, die sich besonders spezialisiert hat auf den Genitalbereich bei Frau und bei Mann. Übertragen werden diese Bakterien, haben wir gerade schon darüber gesprochen, beim Geschlechtsverkehr und auch beim Analverkehr und auch beim Oralverkehr. Man schätzt, dass in Deutschland 5% aller Frauen unter 25 eine Infektion mit Chlamydien haben oder hatten. Und das ist die offizielle Ziffer. Was jetzt die Dunkelziffer macht, das wissen wir nicht. Was machen diese Chlamydien jetzt? Und das haben wir gerade schon angedeutet. Meistens leider gar nicht so viele Symptome. Und das ist ein bisschen das Problem, was wir haben. Wenn wir merken, auf die Chlamydien-Infektion gar nicht, dabei können sie sich im ganzen Urogenitaltrakt ausbreiten. Das heißt, sie können sich auf die Harnblase, auf die Harnröhre, Gebärmutter, aber auch die Eileiter und die Eierstöcke bis hin zu einer Bauchfellentzündung ausbreiten. Ein sogenanntes Fizio-Curtis-Syndrom ist zum Beispiel, wenn man bei einer Operation an der Leber schaut. Und an der Leber sind ganz viele Fibrinauflagerungen, solche Gewebeauflagerungen. Das ist alles so ein bisschen vernarbt. Und da kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, lag eine Chlamydien-Infektion in der Vergangenheit vor. Diese Infektion geht also so weit, dass das Bauchfell entzündet ist, dass sogar die Leber im rechten Oberbauch des Menschen betroffen sein kann. So krass kann sich eine Chlamydien-Infektion, die man noch nicht mal merkt, ausbreiten. Und das haben wir eben auch schon angesprochen. Wenn natürlich so Eileiter verkleben, vernarben, so Fibrinauflagerungen auch haben, sind die natürlich nicht mehr so gut durchlässig für die Eizellen. Das birgt zum einen das Risiko, dass man eben unfruchtbar wird, dass die Eizelle gar nicht mehr in der Gebärmutterhöhle ankommt. Birgt aber auch das Risiko, dass man eine sogenannte Eileiter-Schwangerschaft bekommt. Das heißt, dass die Befruchtung im Eileiter stattfindet und sich der Embryo dort einnistet, was natürlich mitunter nicht ungefährlich sein kann. Wenn so eine Schwangerschaft immer größer wird und irgendwann kaputt geht, kann es natürlich zu inneren Blutungen kommen, die auch wirklich gefährlich werden können. Also unterm Strich eine krass unterschätzte Geschlechtskrankheit, wie ich finde. Die große Frage, die sich natürlich jetzt im Anschluss auftut, ist zum einen, wie kriege ich raus, dass ich eine Chlamydien-Infektion habe oder hatte und wie behandle ich diese? Und wir haben eben schon gesagt, bemerken muss man es nicht unbedingt, wenn man Glück hat, hat man die Symptome tatsächlich, wie zum Beispiel einen eitrigen Ausfluss aus der Harnröhre, Unterbauschmerzen, ein Ziehen, einen vermehrten Ausfluss. Und dann sind natürlich die Gynäkologinnen und Gynäkologen angehalten, dort Abstriche zu machen und diese Chlamydien-Infektionen zu detektieren. An einem größeren Stellenwert, und das ist das Ding, was viele gar nicht wissen und warum ich heute hier auch zu euch spreche, ist, dass man auch präventiv was machen kann. Also vorher die Infektion verhindern. Zum einen natürlich, wenn ich jetzt wechselnde Sexualpartner habe, versuchen Geschlechtskrankheiten zu vermeiden, indem ich einfach ein Kondom benutze. Was vielleicht jetzt nicht das romantischste der Welt ist, aber hey, ihr könnt euch echt einen Gefallen tun, indem ihr Geschlechtskrankheiten, nicht nur Chlamydien-Infektionen verhindert. Also ein Präservativ hat einen riesen Stellenwert, aber auch das Chlamydien-Screening. Alle Frauen unter dem 25. Lebensjahr haben einmal jährlich gesetzlichen Anspruch auf ein Chlamydien-Screening, ein Test aus dem eigenen Urin. Da wird quasi nachgewiesen, da werden so Nukleinsäuren quasi von den Chlamydien nachgewiesen, ob da eine Infektion vorliegt oder vorlag. Und das Beste daran ist, es kostet euch nichts. Es ist unter dem 25. Lebensjahr Kassenleistung einmal jährliches Chlamydien-Screening. Deswegen, warum sollte man das nicht in Anspruch nehmen, wenn man es denn weiß? Und hiermit wisst ihr es, also morgen schon einen Termin machen bei euren Gynäkologen und Gynäkologen, bei euren Gynäkologinnen und Gynäkologen, so rum. Und dann einen Chlamydien-Test machen. Falls jetzt eine Chlamydien-Infektion bei dir nachgewiesen wurde, ist das jetzt noch kein Grund, in füllige Panik zu verfallen, denn es gibt sehr wirksame Antibiotika. Aber ich habe schon am Anfang erwähnt, das sind halt spezielle Antibiotika, die man auch ein paar Tage nehmen muss. Das ist zum einen dieses Doxycycline, das ist ein Wirkstoff und aber auch andere Makrolide, wenn man jetzt gegen das Doxycycline zum Beispiel Allergien hat. Aber es gibt diese zwei Antibiotika-Entitäten, die Chlamydien angreifen können und so auch eradizieren. Das heißt, fähren nicht hin, sodass sie nicht weiter Schaden anrichten. Ein Hinweis noch für all die Schwangeren oder Frühschwangeren da draußen. Ja, auch ihr habt Anspruch auf ein Chlamydien-Screening im Sinne der ersten Mutterschaftsuntersuchung, auch aus dem Urin. Auch hier ist es extrem wichtig zu testen, ob Chlamydien vorliegen, denn die können nicht nur zur Fehle- und Frühgeburt führen, sondern auch zu zwei Dritteln auf das Kind bei Geburt übertragen werden und da natürlich erheblichen Schaden anrichten, wenn so ein Neugeborenes mit noch nicht entwickelten Immunsystem sich jetzt mit Chlamydien auseinandersetzen muss. Also auch hier gilt es in der Frühschwangerschaft schon nachzuschauen, ob Chlamydien vorliegen, ja oder nein, um da eventuell gegensteuern zu können. Summa summarum bleibt festzuhalten, Chlamydien-Infektionen sind häufiger, als man vielleicht denkt und machen viel mehr Schaden, als man vielleicht vorher vermutet hat. Es gibt die Option, das zu verhindern, indem man einfach verhütet im Sinne von Kondomverhütung. Damit schützt man sich auch vor anderen Geschlechtskrankheiten und man kann auf jeden Fall die Prävention wahrnehmen, die einem gesetzlich zusteht. Nicht nur, wenn man jetzt unter 25 Jahre ist, sondern auch, wenn man frühschwanger ist und bei der ersten Mutterschaftsvorsorge sitzt, sollte man und wird man auf Chlamydien getestet. Ansonsten hoffe ich, ihr seid jetzt einigermaßen schlauer, gebildeter, was die Chlamydien-Infektion angeht. Nehmt das Thema auf jeden Fall ernst und auch andere Geschlechtskrankheiten nicht außer Acht lassen. Wie gesagt, wenn ihr zu diesem Thema, diesem riesen Themenkomplex mehr wissen wollt, lasst es mich wissen in den Kommentaren, sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und... Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.